Jo, was geht ab? Hier ist euer Hocher Number One. Ich begrüße jeden einzelnen von euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind wieder bei einer Hunger Game. Wer das gemacht hat, ist einmal der Styler und einmal der 007. Hallo, 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 hallo. Alle da? Ja, warte, warte, ich nehme mir jetzt erstmal hier alles an. Nur Horst, only Horst, okay. Da sind alles die Kabinen. Ich nehme die Farbe Rot. Boah, darunter? Was geht denn da ab? Und zumachen, ne? Okay, dann. Ja, ähm, gleich. Ja, das ist nicht so schlimm. Ähm, die fangen direkt an. Dann sind da Laubblätter und die dürfen wir dann abbauen. Und dann sind dann die ganzen Küsten da. Also drei, zwei, go. Ui, Alter. Da unten verregt man. Geil, damit gewinne ich. Boah, Power, ne? Ja, Mann. Alter Schwede, Alter. Hey, ich. Sofort töten? Nee, 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 wieder. Schussphase. Okay, okay, jetzt müssen wir gleich. Ich würde euch nicht raten, ins Jump'n'Run zu gehen. Ins Stein Jump'n'Run. Da steht die fast direkt. Das ist Lava. Du kannst sogar kurz gucken, den Blueberry. Mach das lieber nicht. Also da muss man hoch. Einmal so rum. Ja, und dann geht's mal weiter, da links oben. Ach du Scheiße. Nee, ich gehe da lieber jetzt nicht rein. Ich will jetzt nicht direkt sterben. Ja, mach das nicht. Hey, meine Kiste. Tschüss. Eisenhelm anziehen. Was ist das denn hier? Setzlinge. Ich brauche keine Setzlinge. Ne, Gold ist besser. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt können wir uns alle angreifen. Also wenn ihr jetzt stirbt, ist draußen. Und da sehe ich schon Blueberry aufgestürben. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Ich habe einen Bogen. Und ich bin nicht mehr. Egal, egal. Ich habe eine geilen Waffe. Alter. Oh Gott. Schnell runter. Alter, das macht übelst Spaß, ja. Das wird sie nicht. Ich kann voll gut abstauben. Natürlich. Was hat, was hat du für ein Schwert? Nein, game over. Steiner hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. War das eine kurze Runde. Voll. No, danke. Geil. Nice. Alter Schwede. Jetzt bauen wir hier oben. Jetzt werde ich das noch mal kurz anschauen, wie das hier oben aussieht. Ich werde sterben, wenn ich hier runter springe. Ich werde sterben. Ja genau, hier müssen wir hin. Hier waren wir gerade drin. In der Hunger Game. Stadion, was der Steiner gebaut hat. Mit dem SPY 007 007. Hammergeil. Ehrlich, hammergeil. Du hast mich vergessen. Nyx, hast du mitgebaut? Nyx hat mitgespielt natürlich, aber auch verloren wie ich. Schicksal muss sein, Schicksal. Aber war eine coole Runde, echt. Hat völlig Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Ich hoffe, den Zuschauern draußen, die das Video auch sich anschauen, bis hierhin, dem wird das bestimmt auch gefallen, wie ihr das gebaut habt. Und dann sage ich mal ein Dankeschön, dass ihr mitgespielt habt, beziehungsweise mitgeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Hochnummer 1, Dada. Bis zum nächsten Mal.